Wenn eine Jeans ist zu weit, dann probiere diesen Hack. Mach den oberen Knopf auf und ziehe ihn durch die daneben liegende Gürtelschlaufe und mache dann die Jeans einfach wieder damit zu. Und so ist die Jeans automatisch eine Nummer enger oben rum. Und ja, drückt auf das Plus für mehr Tipps.